Subta Pada Gomukhasana ist die liegende Kuhmaulstellung. Im Liegen überkreuze die Beine, fasse mit den Händen an die Füße und ziehe die Füße zu dir hin. Das nennt sich Pada Gomukhasana, die Füße in der Kuhmaulstellung. Subta, du liegst und wenn du dabei die Füße zu dir hinziehst, entwickelst du eine schöne Flexibilität in den Hüften und du dehnst auch deine Hüftkreuzbeingelenke. Wenn du Kreuzprobleme hast, sei etwas vorsichtig. Es gibt manche Kreuzprobleme, die insbesondere auf Blockaden der Hüftkreuzbeingelenke beruhen. Dafür ist diese Stellung ideal. Es gibt aber auch Kreuzprobleme, die darauf beruhen, dass die Hüftkreuzbeingelenke hypermobil sind und dann ist diese Stellung nicht so gut. Du bekommst das aber leicht heraus. Wenn du sanft probierst und du nachher eine schöne Linderung spürst, dann ist die Stellung gut für dich. Wenn du die Stellung übst und danach dich nicht so gut fühlst, dann ist die Stellung nicht so gut für dich. – Vielen Dank.